Hey, ich bin Norio, das ist mein Beitrag zur FF Science Instagram Challenge und ich würde gerne auf ein problematisches Thema aufmerksam machen. Genauso anstecken wie SARS-CoV-2 sind aktuell Fake News und Verschwörungstheorien. Wir haben heute den 15. Mai 2020. Ich freute mich auf die Instagram Challenge, andere wiederum datierten vor heute das Hereinbrechen der neuen Weltordnung. Eine populäre Idee ist, dass Zwangsimpfungen dazu verwendet werden sollen, um uns alle zu chippen. Niemand geringerer als Bill Gates wolle damit die neue Weltordnung erreichen. So soll Bill Gates persönlich in einem Interview behauptet haben, dass er Mikrochip-Implantate während der Pandemie einsetzen will. Ich habe mal eine kleine Recherche betrieben und mich durch die Quellenangaben diverser zweifelhafter Artikel gewühlt, wenn dort überhaupt welche angegeben waren. Zurück geht zumindest diese Theorie auf einen Blogbeitrag von Bill Gates, in welchem er auf 31 Fragen zur Pandemie antwortet. Hier erwähnt Gates am Rande bei einer Frage, dass er die Nutzung eines digitalen Zertifikats bei Pandemien für möglich hält. Manche sehen darin die unterschwellige Botschaft, dass uns Gates alle Zwangschippen möchte. Aber von einem Chip ist hier gar nicht die Rede. Die Idee dahinter ist, dass digital dokumentiert wird, wer immun, genesen oder geimpft ist, sodass wir das Alltagsleben trotz Social Distancing wieder ankurbeln können. In Deutschland beispielsweise weiß nur der Arzt und der analoge Impfpass in Papierform, wogegen man geimpft ist. Bei der Pandemiebekämpfung kann dieses Wissen kein bisschen genutzt werden. Setzt man sich kurz differenziert mit dem Thema auseinander, so fällt einem auf, dass diese dubiose Theorie des Zwangschippens nicht haltbar ist. Warum also glauben so viele an diese und ähnliche Theorien? Ein Grund ist der Expectation Bias. Die Pandemie hat so große Auswirkungen auf die Welt, dahinter muss irgendwas ebenso Großes stecken. Ein nur aus der Natur stammender Virus ist einfach zu banal. Ein anderer Grund ist, dass Emotionen und Stimmungen besonders eines sind. Unglaublich ansteckend. Das gilt nicht nur für Freude, sondern auch für Angst und Panik.